Ah, was ein herrlicher Tag hier im Land. Ein wunderschönes Herzlich Willkommen hier bei mir und dem guten Geralt. Ach, das hat man doch... Ach, gucke mal. Stimmt, wir haben uns ja... Ich vergaß fast. Wir legen uns jetzt mit Kleinrot, hieß er, sie ist. Das Kleinrot. Warten wir bis abends. Aber vorher studieren wir noch einmal... Ah, hier. Moment. Oh, da hatte ich noch ein wenig Auftrag. Das Bienenfantum. Schatzjäger, Pferdenleser und Hexer aufgemerkt. Honigwarb und die Imkereien der Familie Meiersdorf, die erst seit fünf Generationen die Existenz sichert, werden vom Schicksal gebeutelt. Das Bienenfantum ist auf uns niedergefahren. Es zerstört unsere Bienenkörbe, tötet unsere Bienen und schafft allgemeine Verwüstung. Ich bin für jede Hilfe dankbar und verspreche dem, der uns helfen kann, eine Belohnung. Holofernes Meiersdorf und Söhne. Ach, das nehmen wir doch. Die Bienen. Genau, wir haben uns ja hierzu entschieden, dem kleinen Dörfchen ein wenig unter die Arme zu greifen. Und deswegen meditieren wir jetzt bis abends. Alkoholhäst, wurde aufgeladen. Nein, nicht Alkoholhäst, sondern Mithilfe. Genau. Oder ist das noch nicht abends genug? Das ist noch nicht abends genug. Dann halt bis 21 Uhr. Hier haben wir es jetzt, 0.50 Uhr. Wenn das jetzt nicht abends genug ist... Ja, jetzt pisst es auch noch. Hallo? Was ist los? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Ja. Moment, bevor es weitergeht. Ja, ja, einen Moment. Ihr kommt gleich dran. Was habe ich denn hier noch Feines? Ich habe jetzt noch viel bekommen. Assassinstiefel? Mhm, 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 mhm. Nehmen wir. Und wir haben doch auch... Weil mir ist die... ...Stahlwaffe nicht... ...heil genug gewesen. 85 Prozent? 75 Prozent. So. Können wir da noch... Brauchen wir nicht. Sehr schön. Ach, wir können hier ja auch noch Runen einlegen. Was ist da denn kaputt? Axi? Ein bisschen Art, oder? Ein bisschen Arden. Bertram, wir kommen nicht wohl... Ach, da hinten. Aufmachen! Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram. Dann geschieht sonst niemandem was. Mhm. Und das sollte ich Warnung machen, gute Frau? Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Wolfe. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Frage ist natürlich, wenn wir uns jetzt dagegen entscheiden, Bertram auszuliefern. Nimm auch die Bürger Schaden? Das wissen wir nicht, ne? Weil wir könnten... Eigentlich hat er ja selber Schuld. Bin ich ganz ehrlich. Ich stehe dir nicht im Weg. Tu, was du tun musst. Gute Entscheidung, Hexer. Wenn Wind sät, wird Sturm ernten. Siehst du? Schnell und schmerzlos. Das ist für dich. Für dein Verständnis. Auf geht's, meine Herren! Mag vielleicht ein wenig bestialisch klingen und sein für die heutige Zeit. Ja, auf jeden Fall. Stimme ich zu. Selbst Justiz und hast du nicht gesehen. Aber wir sind nicht in der heutigen Zeit. Das ist eine ganz andere... Oh, da muss ich hin. Ein ganz anderer Schlag von Welt. Komm. Durch da. Durch das Sonnenfeld. Und wer weiß, wenn wir da jetzt drauf losgegangen wären, hätten die Bürger vielleicht was abbekommen. Eine Mistgeburt. Ich hätte gern... Ich hätte gern... Fackeln. Eine Schupf... Schlupf... Was? Eine was? Jetzt spring doch zur Seite, Gerald! Eine Sumpfschrulle! Warum lese ich Schlupf... Schlupfschrulle? Wie, das kann ich jetzt nicht tun? Möchtest du mich hier verarschen? Jetzt ist die Alte hier runtergetaucht. Ach, das kann ich nicht tun, weil... Ah, jetzt... Ich lege das mal weg. Weil für einen schweren Angriff... Da sind wir natürlich... Zwei Dingsis. Zwei Hände. Komm, du Schnupfschrulle! Schnupfschrulle! Ja, ja, ich weiß, Sumpf, aber... Die Schnupfschrulle, die wir jetzt geblendet haben... Wo ist die denn, die Schnupfschrulle? Ha, ha! Da hat sich's ausgeschnupft. Hat sich das denn fehlernes Weißenvolles? Schwarzes Einhorn! Ich muss ins Inventar gucken. Das schwarze Einhorn da unten. Na, schade. Schade. Aber wir haben ein weiteres Fragezeichen aufgedeckt. Ich sag ja, nach und nach... Grasen wir diese kleinen Fragezeichenchen ab. Und... Holen wir uns das Bienenfantum. Das holen wir uns doch auch mal. Wenn wir das jetzt schon... Ah, das find ich cool. Das hat jetzt die Mod möglich gemacht. Können wir mal hier... Oh, Wolfis! Tüdelü! Konnte man vorher nämlich nicht... Mit Fackel reiten und Co. War nicht möglich. Gut. Da brennt sich, glaube ich, auch Klötze gerade einen weg. Aber so eine kleine Mod hat das wirklich gemacht. Ich würde gern... Das Wetter ist mir dann doch nicht schön genug. Gucken wir doch mal... Bist du aber ein langer Lulatsch? Ja, und du warst ein ganz schön kleiner Lulatsch. Ihr ganzen kleinen, putzigen Halblinge hier. Michtiges Anwesen. Und das ist also die Imkerei. Meiersdorf. Lauf mal ein bisschen näher. Willkommen in Honigwabreisen. Dankeschön. Hm? Ja! Ah, danke. Holofernos Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Freut mich, Geralt von Riva. Ich weiß, wer du bist. Hab dich am Haar erkannt. Um die Wahrheit zu sagen, ich hab auf jemanden wie dich gewartet. Ihr habt Probleme mit einem Bienenphantom? Ich habe die Nachricht gesehen. Ja, stimmt. Es verwüstet meine Bienenkörbe. Erst verhandeln. Dann gucken wir weiter. Ne, ihr habt Geld, ihr seid eine Imkerei. Gebt mir Geld. Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Ja, und wenn ich es besiege, dann geht es doch wieder. Meine Güte. Hier. Danke. Sehr schön. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht los wirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Das siehst du sehr wichtig. Also abgemacht? Abgemacht. Eine kluge Investition. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein. Eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, rau reif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Dann müssen wir ihn ausbuddeln. Mensch. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Gut. Dann nehmen wir deine kurzen Beinchen in die Hand. Folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenfantom ist? Das ist ein Imker-Aber-Glaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redaniern geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Komm. Komm mal einen Schritt schneller hier. Oh, ist das herrlich hier. Finde ich schon schick. Wie war das? Moment, Moment. Herrlich. Das ist schön. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Mhm. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Ich gucke es mir an. Da haben wir doch noch was. Kälte. Das klingt mir aber eher nach was... Blut. Trocken und schwarz. Also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Hm. Möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Das sehe ich, wenn ich die Spur hier wieder sehe. Hallo. Rote Spur. Da ist er. Das sieht man nämlich nicht nach irgendeinem Phantom. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Dann würde ich da mal sagen, schwimmen wir an denen da mal vorbei, bitte. Bevor die mir hier von unten rankommen. Ja, ja. Nee, nee. Lass mal. Das sieht schon geil aus. Kommt, Geralt, mach mal hier einen Schritt schneller. Hier irgendwo was? Oder muss ich jetzt das ganze Ufer hier lang einmal absuchen? Oh, Mensch. Muss ich wohl. Und so wie ich mich und mein Glück kenne. Oh, da sind wir doch schon wieder. Dann muss es ja doch irgendwo hier... Irgendwo hier hinten. Muss doch dann... Ah, komm, Geralt, string deine sieben Sinne an. Such. Sei ein guter Hexer. Hier irgendwo? Ist auch nichts. Ah. Muss ich jetzt doch zu den Ertrunkenen darüber? Das wollte ich jetzt aber nicht. Was? Ah, hier, da. Dein Teich ohne Ertrunkenen. Aber die haben die Körper nicht zu spüren. Ah, die sehen aber cool aus. Oh. Und ich sehe ganz schön Tod ausreichend. Au. Nicht so voreilig hier, liebe Burschen. Jetzt nur noch wir beide, meine Hübsche. Ha. Oh. Der ist ja Uferfreude aufgesprungen. Heute bin ich aber auch besonders mutig und... Geh einfach rein da. So, wo war jetzt die Spur? Die Spur war hier. Hinterher. Ich, äh, will gespannt sein. Da komm ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Einen anderen Weg. Sehr wohl, aber bevor wir das machen, wir können ja mal nochmal in unsere Alchemie gucken. Ob wir hier wieder mal... Oh, die verbesserte Garte, äh. Absurd Raffarzt des Weißen stellt einen Teil der Vitalität so... Nehme ich. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Würde ich behaupten. So, hier geht's rein. Da geht's rein. Machen wir da mal den. Und dann sagen wir mal... Guten Tag. Mach Ufer. Da. Verschlossen. Ja, komm. Ich hab den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima versteckt für den Zerstörer eurer Körbe. Ich geh rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Genau. Öffne dein... Öffne dein Herz. Dann zieht er Schwert und... Muss ich jetzt hier hinten in der Ecke... Das gibt's doch nicht. Das Bienenfantom. Was bist du denn? Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten? Aufgebe, ich. Plötze, hol dich ein. Plötze, hol dich ein. Okay. Plötze. Plötze. Komm schon, Plötze. Hinterher da. Auf dat Viech. Ich sag es dir. Ganzhaft jetzt. Muss ich da jetzt nur hinterher... Unterher dödeln? Hätt ich auch hinterher laufen können, du. Alles gut. Das machen wir schon. Oh, der Kackköter. Besiege den Hund der wilden Jagd. Den Hund der wilden Jagd, ja. Würde ich gern. Sag mal. Wie mich das... Kackviech... Jetzt, Aua. Ha! Nicht hol ich mir. Auf, auf, auf. Volles Viech. Ne, 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 ne. Nicht mit mir hier. Da brennt dir doch hier die Luzi. Und ausweichen. Und tschack. Guck mal. Kann man auch so kämpfen, ne? Sieht doch viel geiler aus. Ich weiß noch nicht, was er... Guck mal. Ich muss wieder anmachen. Weil sonst... Ich wollte es gezeigt haben. Punkt. Komm schon. Komm näher. Jawoll. Hier, zeige ich es. Du olle ist Viech. Glaubst du nicht, dass du es mit mir auch nehmen kannst. Und mein Schwert. Au. Au. So. Hier sitzt Platz aus. Du warst aber ein böses Fiffi. Okay. Zack. Zack. Ne, 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 ne. Das ist mir jetzt egal. Da gehen wir jetzt rauf. Ha. Du alter Fiffikuss. Kannst einen guten Bettvorleger abgeben. Ah, herrlich. Und rein in das Fleisch. Hm. Plätze. Wir müssen uns die Belohnung abholen. Wir müssen uns ja mal hier die schöne Präbi angucken. Das war gut und schnell verdientes Geld. Muss ich sagen. Doch, doch. Kann man mal machen. Hast du was Schönes? Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne... Jetzt nicht so unbedingt, ne. Schade. Obwohl, ich könnte mal meinen ganzen Tandarada... Ich würde mir gerne deine Waren anziehen. Alles weg, Kladderadatschen. Oh, was war das? Silbersteiner-Spenne. Nö. So, den ganzen Mumpets verkaufen. Das brauch ich auch nicht. Und ich glaube so... Nö, nö. Das wollte ich ja behalten. Freischerstiefel. Plus 57 Rüstungsdurchbohrung. Wir verlieren nur einen auf unten. Ja, die behalte ich. Guck mal, ich habe hier ja Milliarden von Satteln. Kann ich die nicht mal... Alle... Ad absurdum... Bruch alle nicht mehr, ne. Haben die einen Wert? 24. Äh, nö. Aber da können wir mal demnächst durchgucken, was wir da so alles an Trophäen haben und was sie verbessern. Und tülü. Nein. Ich würde mir gerne deine Waren anziehen. Nein, würde ich nicht. Das haben wir nämlich schon. Zwei. Lebt wohl. Ich mit meinen dicken Wurstfingern wieder. War da nicht gerade... Vielleicht... Ah, gucke mal. Ich habe doch gesagt, da war doch irgendwas. Was ist denn passiert? Als wäre der Krieg nicht genug, Herr. Ich verliere meine Hühner. Wovon soll ich leben, hm? Hast du die Diebe gesehen? Welche Diebe? Meine Hühner werden von Monstern gestohlen. Einen gewöhnlichen Dieb würde ich mir selbst... zur Brust nehmen. Aber Monster? Was kann ich da tun? Dafür gibt's mich. Ich kann dir helfen. Das schlechte Helfer. Nicht umsonst. Aber du bist schon im fortgeschrittenen Alter. Da nehme ich nicht viel. Papperlapapp. Nicht viel, sagst du jetzt. Aber am Ende nimmst du's doch vom Lebendigen. Aber ich hab ja sonst niemanden. Meine Hühner verschwinden seit etwa einer Woche. Eins nach dem anderen holen sich die Biester. Sie holen sie einzeln? Interessant. Haben die Monsterspuren hinterlassen? Ja, Wolfsspuren. Nur seltsam. Es ist, als wären die Wölfe auf den Hinterläufen gegangen. Und sag mir nicht, wie der klugscheißer Josep aus Niederwirr, dass ich mich irre. So gut wie ich kennt sich sonst kaum einer mit Spuren aus. Mein Mann war der beste Wilddieb weit und breit. Verstehe. Ich würde mir die Spuren trotzdem gern selbst ansehen. Ja, das machen wir. Aber erstmal rühren wir uns die Belohnung ab. Der leere Stall, der wird nicht voller. Ach, der wird das doch schon überstehen. Ah, da. Hast du das Phantom vertrieben? Ja. Sieh sich nähen einer an. Ja, warte. Dein Bienenfantom war ein Hund der wilden Jagd. Bei einem ewigen Feuer. Die wilde Jagd hat auch Hunde? Mhm. Vor etwa zwei Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich hab die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Investition, mein guter. Investition. Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. Richtig. Und wir kümmern uns jetzt um... 249. Hatte ich nicht mehr ausgehandelt. Liebes Spiel. Möchtest du mich da gerade veräppeln? Kuppel, 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 kuppel. So, wo sind die Spuren? Da sind die Spuren. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht. Ja, ich... Also, außer es ist ein Wehrwolf. Aufhinterbeinchen. Aber sonst... Wolfsspuren. Daneben kleine Fußspuren, aber keine Kampfspuren. Hm. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Weiter, weiter. Immer weiter. Ins Verderben. Ähm. Geralt. Geralt. Danke, Geralt. Sie enden hier. Kannst du untersuchen? Scheinbar nicht, aber ich muss einfach rüber. Da, da sind sie wieder. Ach, was haben wir denn hier? Vorsicht, Peter. Er hat ein Schwert. Ein Soldat. Der kriegt uns nicht lebend. Ich tue euch nichts. Was machst du dann hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. So eine Aufregung wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien. Und sie sieht wie eine Hexe aus. Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt. Aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Ja, wir kommen irgendwie zurecht. Woher kommen die Wolfsspuren? Papa hat mal einen Wolf erlegt. Und wir haben alle eine Glückspfote gekriegt. Die haben wir uns an die Schuhe gebunden. Denn Wölfe stehlen ja Hühner, nicht? Schon, aber normalerweise nicht einzeln. Ihr überlebt, indem ihr von anderen klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten. Wer würde uns denn helfen? Oder uns aufnehmen? Ich wüsste da wenig. Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfälle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Genau das, was da nämlich jetzt steht, habe ich mir nämlich auch überlegt. Oder gedacht. Wie über die Zoll in der Partie? Alte Dame. Kriegen wir doch bestimmt hin. Hallo, gute Frau. Von meinem Hühnerstall. Nimm sie doch bei dir auf. Dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Aber Helfer hast du. Aber... Tja. Ich denke mal drüber nach. Ach, das war's jetzt? Du siehst irgendwie krank aus. Hä? Kann ich das jetzt nicht abschließen? Und das ist ja... Naja, sie denkt immerhin drüber nach. So, ich würde mal sagen, wir wandern so langsam... Ja, hier gleich bald zurück... Nach... Ja, genau. Nach Ochsenfurt. Würde ich meinen, oder? Das klingt doch nach einem guten Ziel. In den Sturm hinein. Once we were many. Now we are few. Hunters. Killers of the world's filth. Witchers. The ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, of the prophecy. Every decision you make, will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil. Every decision you make, will bring devastation. All right. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020